Also ich habe eine kleine Umplanung in der Reise Route gemacht. Wir wollten ja erst nach Iguazu fahren, zu den Wasserfällen. Die sind im Nordosten, Argentinien, Dreiländereck, Argentinien, Paraguay, Brasilien. Aber da sind es 35 Grad aufwärts und das war mir dann doch zu heiß. Und jetzt fahren wir in den Süden. Das sind auch 2000 Kilometer zur Penicula de Valdes. Das ist da, wo ich vorhin ja im November schon mal war, See-Elefanten und Wale gefilmt habe. Und da fahren wir jetzt wieder hin. Da sind es 20 Grad. Und das ist angenehm. Die Gegend hier ist schön. Hier hat früher ein Präsident gewohnt. Der war vor 35 Jahren hier Präsident in Argentinien, Carlos Menem. Und den Seilhaus haben wir uns angekriegt. Ja, da ist vor ein paar Jahren die Sturm. Aber jetzt fahren wir eben Richtung Süden. Und das war hat hier hin. Das war ein paar Jahre. 구독! Ich hab das nicht ganz so lange nicht 하지. Ich bin mal auf, dass hier nach Hause fällt. Und dann kam es hier raus. Also diese Sturm ist vor Ort. Ich bin tot. Ich bin tot. Vielen Dank.